Herzlich Willkommen bei Dirk Sound Photography und heute etwas ganz Besonderes. Ein Kamerabericht, ein Erfahrungsbericht aus der Praxis von der Canon 6D Mark I. Die erste. Warum jetzt so ein Bericht? Gute Frage. Ich habe angefangen Fotografie als meine Haupttätigkeit im September 2013 und da habe ich mir diese Kamera hier gekauft, die 6D. Und dann zwei Jahre später, 2015, 2016, kam noch eine 6D dazu. Und als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war die eine Kamera bei 900.000 Auslösungen und die andere bei 400.000. Ich gucke nochmal nach und packe hier die aktuellen Zahlen rein. Das sind die Anzahl der Bilder, die ich mit den Kameras gemacht habe. Und ich dachte mir, nach über einer Million Fotos mit der 6D wird es mal Zeit für einen Erfahrungsbericht. Es gibt viele Bilder, viele Insights, die ich damit gemacht habe. Und nach über 6 Jahren, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, immer noch über 5 Jahren, ist sie immer noch an meiner Seite. Ich habe hier mal mein Holdfast Moneymaker Gurt System angemacht. Ich habe hier die Kameras, die hängen hier runter. Das ist im Grunde genommen mein Hochzeitsding. Also ich laufe damit rum auf Hochzeiten mit drei Objektiven. Und jetzt gibt es relativ frei erzählt, ohne zu viele technische Aspekte, mehr emotionale Werte, meine Erfahrungen mit der 6D. Zuallererst mal, damit ihr mich einordnen könnt, was für Kameras habe ich denn bisher so besessen, damit du ungefähr weißt, wie viel Ahnung hat der denn. Ich habe angefangen, Fotografie vor 2013. Anfang 2013 habe ich mir die hier geholt, die 550D. Eine sehr einfache Kamera, schon durch, Autofokus funktioniert nicht, nichts funktioniert mehr. Aber ich nutze sie immer noch, um mich selber damit zu filmen, wenn ich auf der Straße Leute fotografiere. Mit einem super weit Winkel klappt das ganz gut. Damit angefangen. Dann kam 2013 die 6D dazu, mit einem Tamron 24-70 und einem 50mm 1.8 Objektiv. Die sind mir schon ein paar Mal runtergefallen, kaputt gegangen, aber für 100 Euro großartiger Wert. Das Tamron habe ich ganz lange nicht mehr benutzt. Fokus trifft nicht so. Als nächstes kam die Fuji X-T100, die habe ich dann wieder verkauft. Dann kam die X-T20 von Fuji, die habe ich auch verkauft. Dann die Canon 6D Mark II, die mich gerade filmt, mit Gesichts-Autofokus. Dann kam die Hasselblatt H3D. Das ist die digitale Mittelformat-Kamera von Hasselblatt. Das ist der dritten Generation. Jetzt sind wir bei der sechsten. Das ist die H3D. Digitales Mittelformat. Und dann gibt es ein paar analoge Kameras. Eine 35mm Kamera, 6x6 Mittelformat-Kamera, also Film. Das ist sozusagen das, was ich habe und was ich hatte. Zusätzlich hatte ich mir einige Sachen geliehen. Die Fuji X-T2, die Olympus OM-D E-M10 Mark III und die Canon 5D Mark IV. Und die EOS R, aber die noch für einen Tag. Das ist also, wo ich herkomme und wo ich bin. Und meine Hauptkamera bis jetzt, 2019, ist die 6D. Ich habe zwei davon. Und ich erzähle dir in dem Erfahrungsbericht jetzt die Gründe, warum das immer noch meine Hauptkamera ist. Selbst wenn ich den Nachfolger schon habe, der mich hier gerade filmt. Die 6D Mark II ist meine Freizeitkamera, meine Hobbykamera, meine Lifestyle-Kamera, Familienkamera. Die ich ab und zu mal auf Hochzeiten mitnehme, aber eigentlich sind das hier die beiden Hauptdinger. Das sind meine Arbeitstiere, damit verdiene ich Geld. Die anderen Kameras, das meiste ist Tü-Tü-Tü. Und wir fangen einfach mal an mit einem der ersten Punkte, die mir jetzt einfallen. Gerade wenn ich die erzähle, 900.000 Bilder, 400.000 Bilder sind 1.300.000 Bilder zusammen. Seit 2013. Ich muss sagen, ich habe die noch nie sauber gemacht. Ich habe noch nie einen Sensor gereinigt. Weder ich selber noch irgendjemand beauftragt. Ich habe das noch nie zum Clean & Check gegeben. Das heißt, die Kameras, wie sie hier sind, sind so bei mir, wie ich sie gekauft habe. Nichts davon wurde sauber gemacht. Und immer wenn man die Kamera anmacht und ausmacht, steht da immer Sensorreinigung. Das ist hier dieser, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir machen mal an und machen mal aus. Dann kommt dieser Moment, da steht Sensorreinigung. So, und ich habe nie verstanden, was das soll. Das erschien mir immer wie irgendetwas, wo nichts passiert. Und ich habe eine alte Canon 5D. Die habe ich auch noch. Und da sind auf dem Sensor Flecken drauf. Das heißt, wenn ich einen Vogel fotografiere und der Himmel ist blau, dann sehe ich im Himmel auf dem Computer da, nicht auf dem Display, auf dem Computer, kleine Flecken. Und das ist Staub, das sind Körner, das ist Dreck. Und das passiert, wenn man oft Objektive wechselt. Das passiert, wenn da Staub reinkommt. Und seitdem ich diese 5D habe, mit diesen Flecken drauf, und das sehe ich immer erst, wenn ich die Bilder, wenn ich aus dem Urlaub komme, sehe ich, oh, alle Bilder haben am selben Punkt einen Fleck. Man sieht das nicht auf allen Bildern, sondern, aber man sieht das da, wo freier Himmel ist oder eine weiße Fläche. Und das habe ich hier bei über einer Million Bildern noch nie erlebt. Und ich musste sie noch nie reinigen. Und sie halten immer noch. Also da mal, muss ich einmal sagen, was ich da kriege fürs Geld. Hier habe ich 1.750 für Bezahl 2013. Hier habe ich 1.379 für Bezahl 2015, 2016. Jetzt kriegst du sie für 1.000. Bei eBay, ich habe heute mal nachgeguckt, eBay Kleinanzeigen. Ich habe eine gefunden für 400 Euro. 90.000 Auslösungen. Aber wenn du hörst, 900.000, kannst du noch 800.000 machen. Also, noch nie sauber gemacht, noch nie gereinigt, hält immer noch. Und ich zeige dir hier mal ein Video aus Amsterdam. Ich laufe durch die Straßen, spreche Leute an, fotografiere sie. Ich zeige dir hier mal 2, 3 Videos, einfach damit du siehst, wie ich damit umgehe, auch wenn es regnet. Und du kannst ein bisschen nach unten schauen, vielleicht mit deiner Hand. Ja. Ich glaube, das ist auch schön. Ich glaube, das ist auch schön. Ich steige dir da. Woop, woop, woop. Da ist der... Ja. Ich glaube, das ist auch von dieser Seite. Ja, das ist ein sehr schönes Look. Das ist ein sehr cooles Outfit. Ja. Und du kannst ein bisschen nach oben schauen. Oh ja, oh ja. Do you have to take this tram? No, I don't want to hurry, but I go home. And you can also look a little bit down. Look to your nose. My nose? Yeah. Feel like with my eyes. Yeah. That's good. That's fine. Goody, goody. Maybe one more from... I go there. Or when you also just stand here, so we have a little bit of a different background. And you look down the road. I'll just take a look. Yeah. Yeah. I'm going to go there. I'm going to go there. And also look a little bit. It looks pretty nice. Do 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 do. Yeah. Do 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 do. Yeah. Very nice. And maybe, um, come here. So let's... Maybe when you just stand here. Uh-huh. Oh, yeah. That looks very, very wonderful. But it doesn't matter. It's very nice. And you can just look down the road. And hold the umbrella a little bit back. Yeah. Very nice. Oh, wow. Okay. Oh. I keep it looking. Do you come from here? Or... No. Korea. Seoul, Korea. It's a long way. It is. It is very long. It's a long way. And maybe, um, we can go here. Okay. Maybe when you, um, when you go like this. Okay. And, uh, I take a picture from here. Oh, yeah. Also nice. And if you like, you can, uh, hold it down for a moment. Okay. Just, uh, just for some shots. And you can look over, over there. Yeah. So. Und, uh, das Ding wird nass. Ich fotografiere damit am Strand. Ich wechsle Objektive am Strand. Ich weiß, am Strand, wenn ich einmal so mache, dann schmecke ich Salz. Ich weiß also, das Ding ist voll mit Salz. Ich wechsle Objektive. Ich weiß, der Sensor wird dadurch angegriffen. Und ich sage mir, komm, mir egal. Äh, ist schon so durch das Ding. Kann ruhig kaputt gehen. Aber es geht nicht kaputt. Das heißt, die Beständigkeit des Equipments. Die Dinger fallen runter, die Dinger gehen, hauen irgendwo gegen. Besonders mit diesem Tragesystem. Die Kameras hängen hier an meiner Seite. Wenn ich auf Hochzeiten bin und ich laufe durch die, an den Tischen vorbei, die hauen immer irgendwo gegen. Gegen andere Stühle, gegen Tische, äh, gegeneinander, wenn ich mit auf der Tanzfläche am Shaken bin. Äh, und ich habe nie Probleme damit. Das sind wirklich tolle Dinger. Ja, und wenn ich mal überlege, sagen wir mal, ich hätte 1 Euro pro Bild verdient. Mit der Kamera. Dann hätte ich 900.000 Euro verdient. Bei 1 Euro pro Bild. Bei 900.000 Bildern. Nur mit der, wären das 900.000 Euro. Nicht in einem Jahr, sondern in 5 Jahren. Dann relativiert sich das. Jetzt kannst du sagen, ja, komm, du machst ja nicht, du, nicht jedes Foto verkaufst du. Selbst wenn wir sagen, 50 Cent pro Bild. Dann sind wir bei 450.000 Euro. Und selbst wenn wir sagen, ich verdiene 10 Cent pro Bild, was ich mache. Dann sind wir bei 90.000 Euro. Und überleg mal, ich habe 1.750 bezahlt. Also, dieser Gedanke, Fotografie als Job ist sowas günstiges. Wenn ich überlege, du willst ein Restaurant aufmachen, dann musst du Pacht bezahlen für lange, für einen langen Zeitraum. Du musst Mitarbeiter einstellen. Du musst Ware kaufen. Du musst den ganzen Raum umdekorieren. Du musst eine Website machen. Eine neue Marke kreieren. Du musst Sachen vorkochen, dass du weißt, was kommt auf die Karte. Du musst Mitarbeiter bezahlen, bevor das Restaurant öffnet. Du musst Getränke kaufen. Eine ganze Bar einräumen. Und das Restaurant kostet über 100.000 Euro. Vermutlich deutlich mehr. Bevor du den ersten Euro verdienst. Und dann denke ich als Fotograf, das ist so geil. Du kannst das hier, zwei Kameras, zwei, drei Objektive und du kannst Hochzeiten fotografieren. Du kannst Portrait-Shootings machen. Und ich finde das unglaublich, was ich hier in der Hand halte. Was das ist an Potenzial, an Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Ich kann eine ganze Karriere aufbauen auf diesem einen Apparat. Mehr brauche ich gar nicht. Ich brauche kein Studio. Ich brauche keine teure Miete für ein renommiertes Büro. Ich kann von zu Hause arbeiten. Ich bin viel draußen. Also ich bin sehr dankbar, dass ich den Schritt gewagt habe, in die eigene Fußstapfen zu gehen. Und das ist das Ding, was mir alles möglich gemacht hat bisher. Alles, was ich mir irgendwann gekauft habe in den letzten fünf Jahren, kommt hiervon. Das war also der Body, die Robustheit. Also was noch? Akku, Batterie. Hier sind diese Akkus drin, die in vielen Canon-Kameras benutzt werden. Auch sogar in anderen Kamerasachen. Die Blackmagic Pocket-Kamera, die neue, hat auch die Akkus. Das heißt, die Akkus kriegt man sehr viel von Canon. Es gibt Dritthersteller, die kosten weniger. Und hin und wieder habe ich mal Fotos gemacht. In der Kamera kannst du sehen, wie viel Akku habe ich denn noch. Und das zeigt dir sehr genau an. Und der zeigt dir auch an, wie viele Bilder habe ich denn gemacht mit dem Akku bisher. Und du siehst zum einen, wie gut der Akku noch hält. Unten hast du so eine Aufladeleistung. Da sind drei Punkte. Und einige Akkus. Wenn ich 900.000 Bilder damit gemacht habe, der allererste Akku ist wahrscheinlich nicht mehr der fresheste. Und für mich ist die Qualität von der Kamera auch entscheidend. Wie viele Bilder kann ich machen, ohne dass die Kamera Stopp sagt. Ohne dass der Buffer voll ist. Ohne dass der Akku alle ist. Ohne dass die Speicherkarte voll ist. Das sind wichtige Sachen. Und ich kriege mit der Kamera immer 2.000 Bilder hin. Fast immer 2.500. Sehr oft komme ich sogar auf über 3.000. Manchmal komme ich auf fast 4.000. Und manchmal, aber eher ganz selten, kriege ich 5.000 Bilder hin mit einer Akkuladung. Und ich zeige dir mal die Snapshots, die ich hin und wieder mal gemacht habe. Wenn ich auf Hochzeiten war und ich Akkus gewechselt habe, habe ich vorher immer mal ein Foto gemacht. Wie viele Bilder ich mit dem Akku gemacht habe. Und das ist einfach geil. Ich bin auf Hochzeiten mit zwei Kameras unterwegs, mit Festbrennweiten. Und ich mache sehr viele Bilder. Ich bin 14 Stunden da. Oder länger. Von 10 Uhr morgens bis nach Mitternacht. Ich bin immer am Fotografieren, außer wenn gegessen wird. Und ich komme auf über 8.000 Bilder. Und manchmal sind Freitags Hochzeiten und Samstags. Das heißt, ich komme Freitagnacht nach Hause. Manchmal halb zwei. Je nachdem wie weit es ist. Manchmal auch später. Dann kommen alle Bilder auf Festplatten. Da brauche ich schnelle Speicherkarten, die schnell lesen, schnell schreiben können. Schnelle Festplatten, damit ich nicht die ganze Nacht da sitze, bis das fertig ist. 8.000 Bilder sind irgendwie 250 Gigabyte. Die muss ich dann kopieren, bevor ich ins Bett gehe. Und ich lade die Akkus. Und wenn ich 4.000 Bilder, 3.800 Bilder hinkriege mit einem Akku. Und nochmal 3.500 mit dem anderen Akku. Dann sind die beiden leer. Und dann habe ich noch einen anderen angefangenen Akku am Abend, der nicht mal die Hälfte leer ist. Das heißt, ich lade beide Akkus und habe im Grunde genommen, ich muss zwei Akkus laden. Ich habe hier zwei, drei Ladegeräte. Das heißt, ich kann Freitagnacht ins Bett gehen, Akkus laden über Nacht und morgens habe ich wieder volle Akkus. Ich muss nicht 5, 6, 7, 8 Akkus laden. Selbst wenn ich über 8.000 Bilder mache. Und das ist, bin jedes Mal dankbar nach der Hochzeit, wenn ich schnelle Speicherkarten habe. 100 Gigabyte kopiert in 15 Minuten. Akku geladen in einer Stunde. Aber abends rein, morgens aufwachen wieder in die Kamera und weiter. Und die Dinger sind zum Arbeiten gemacht. Das ist keine Kamera, die du dir in die Vitrine stellst und sagst, wie schön ist das Ding. Das ist nicht schön. Das ist ein schwarzer Kasten. Der macht, was er soll. und der dir damit die Existenz aufbauen lässt, wenn du es denn möchtest und du dich traust. Also Akkuleistung, Autofokus. Der Nachfolger, die 6D Mark II, hat einen ganz grandiosen Fokus im Live View. Das heißt, die Kamera verfolgt mein Gesicht, egal wohin ich gehe. Ich habe das Touch-Display, das Flip-Out-Screen. Ich sehe mich jetzt hier auf dem Screen. Die 6D, die klassische, hat das nicht. Macht aber nichts. Wir haben hier 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Autofokuspunkte. Die sind alle sehr mittig angeordnet. Das ist ein großer Kritikpunkt für die meisten. Alle Bilder, die du von mir siehst und alle Bilder, die ich hier einblende, habe ich mit dem mittleren Fokuspunkt gemacht. Das ist der in der Mitte. Ich fokussiere mit dem Gesicht in der Mitte auf den Fokuspunkt und dann bewege ich die Kamera zur Seite und dann drücke ich drauf. Das nennt sich Focus & Recompose. Und ich nutze das mit allen Objektiven, die ich habe, auch bei Offenblende. Das heißt, 50mm 1.2 bei f1.2. 24mm 1.4 bei f1.4. 135mm 2.0 bei f2.0. Und ich kriege damit sehr scharfe Ergebnisse hin. Andere kriegen das vielleicht nicht und sagen dann, die Kamera ist nichts für mich. Es funktioniert nicht. Die Bilder sind unscharf. Das kann sein. Ich denke, das ist eine Übungssache. Der zentrale Autofokuspunkt funktioniert Grandi Heroes, meiner Meinung nach, sogar in 2019. Alle anderen Autofokuspunkte drumherum, links, rechts, oben, unten, die sind gerade durchschnittlich. Immer wenn ich mal sage, okay, jetzt packe ich mal die Person links an den Rand. Ich nehme den linken Autofokuspunkt. Ich merke nach ein paar Sekunden schon, wie das schwächelt. Wie gut der mittlere ist und wie durchschnittlich die anderen sind. Die anderen sind gut, aber der mittlere ist außergewöhnlich. Fast alle anderen Kameras, die ich bisher hatte, waren schlechter vom Fokuspunkt als dieser mittlere. Nur ich muss dann halt fokussieren, zur Seite und dann auslösen, damit ich nicht den Kopf immer in der Mitte habe, sondern im Bild verschiebe. Ist eine Übungssache. Ich komme da sehr gut mit klar. Ich habe die Kamera immer noch als meine Hauptkamera, immer noch jetzt für diese Saison 2019. Ich habe dann gesagt, ich gucke mal, wenn eine richtig kaputt geht, dann wechsle ich vielleicht zur 6D Mark II oder Canon EOS Air. Weil ich will zwei haben. Die 6D Mark II hat einen anderen Look. Die Bilder, die Dateien sind anders. Das heißt, ich kann nicht eine 6D Mark I nehmen und eine Mark II. Die Bilder sehen anders aus. Es ist viel zu viel Tüdeltü in der Nachbearbeitung. Zwei 6D Mark IIs kann man nehmen. Aber die 6D hat einen sehr leisen Silent-Modus. Also ich mache jetzt mal ein normales Bild. So, und dann hat die Kamera einen Silent-Mode. Das heißt, die Bilder sind, der Auslöser ist noch leiser. Und wenn ich auf Hochzeiten bin, was ich viel mache, dann ist mir wichtig, dass ich nicht laut bin. Ich will nicht gesehen werden. Ich bewege mich langsam. Ich mache langsame Bewegungen. Wenn ich mich schnell bewege, dann falle ich auf. Leute gucken auf mich und nicht auf das Paar. Ich mache immer langsame Bewegungen. In der Kirche, im Standesamt. Und die Kamera muss die Geschwindigkeit mitnehmen. Die kann nicht laut sein und schreien, hier bin ich, guck mich an. Sie muss leise sein, dezent, zurückhaltend. Ein bisschen schüchtern muss sie sein. Und das kann die 6D. Und die Mark II ist lauter, selbst im Silent-Mode. Was für mich der größte Kritikpunkt am Nachfolger ist. Also die 6D ist immer noch auf der Hochzeit. Hauptsächlich, weil die so schön leise ist. Das einmal zum Autofokus. Also alle Bilder, die du siehst von mir. Mittlerer Fokuspunkt immer. One-Shot. Das heißt, der fokussiert nicht immer nach, wenn sich die Person bewegt. Sondern bleibt auf dem Punkt. Und fokussieren. Zur Seite. Tick. Fertig. So habe ich alle Bilder gemacht. In allen Videos. In über die 1000 Videos, die wir hier haben. Okay, was gibt es noch? Das System allgemein. Wir haben jetzt viele Kameras 2019. Es gibt Canon EOS R System. Nikon Z System. Sony mit dem FE Bayonet. Die Sony 7 Reihe oder 9. Fuji hat nachgelegt mit dem X System. GFX gibt es auch noch. Nikon gibt es ja sowieso. Die klassische DSLR, Canon auch. Und was ich ganz toll finde, was weniger mit der Kamera zu tun hat, aber mit dem Arbeiten mit den Kameras. Das ist das System. Das heißt, ich kriege sehr günstige Einstiegsobjektive. Hier ist ein 50mm 1.8. Grandiose Bildqualität. 100 Euro neu. Und es gibt viele Brennweiten. Das ist 40mm 2.8 Pancake für unter 200. 24mm. Es gibt 85mm 1.8 für unter 400 ungefähr. Es gibt viele Objektive im Canon Lineup, die wirklich günstig sind, wenn man was Günstiges sucht. Und es gibt auch Objektive, die teuer sind, wenn man was Teures sucht. Und es gibt im Grunde jede Brennweite und einige legendäre Objektive. Ich habe hier ein 24mm 1.4. Das ist ein Weitwinkel. Ich habe hier von Sigma Art ein 35mm 1.4. Das heißt, wir können auch schön Objektive von Drittanbietern anschließen. Tamron hat viele Objektive. Sigma hat viele Objektive. Das heißt, wir haben riesen Auswahl an Objektiven. Und selbst von den Canon Objektiven gibt es einige Legenden wie das 85mm 1.2. Mit der riesigen Offenblende hier. Kannst du so durchgucken. Ist ein unglaublich krasses Objektiv. Ist nicht einfach mit der Kamera zu fokussieren. Viel einfacher an der 6D Mark II. Aber das Canon System bietet einfach unheimlich viel Möglichkeit. Allein im Bereich Objektive. 135mm 2.0. Und Canon hat über 100 Millionen EOS-Kameras hergestellt. Und über 100 Millionen EF-Objektive. Und was das bedeutet ist, du kannst ein Objektiv nehmen wie dieses 85mm 1.2. Es kostet 1.874 Euro jetzt. 1.900 Euro fast. Ich habe das bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Für über 1.000 Euro weniger. Für 850 Euro. Das heißt, ich habe 850 Euro bezahlt. Vor einem Jahr oder so. Und ich kann das jetzt wieder verkaufen. Für denselben Preis. Oder sogar für 100 Euro mehr. Weil die meisten werden mehr teurer gehandelt. Und jedes Objektiv, das 50mm 1.2, was filmt, kostet 1.300 Euro irgendwas. Ich habe 800 Euro bezahlt bei eBay. Ich kann es für 800 Euro jetzt sofort wieder verkaufen. Habe dann am Ende nichts bezahlt. Habe es über ein Jahr benutzt. Das 24mm 1.4 kostet ungefähr 1.400 Euro. 1.600 Euro. Ich habe 650 Euro bezahlt bei eBay Kleinanzeigen. Du hast einen riesigen Pool an gebrauchten Objektiven. Blitzen, Zubehör, Akkus, Batteriegriff. Alles, was du willst, gibt es für das System. Weil das so schon lange da ist. Du hast eine riesige Auswahl an Blitzen von Canon, von Drittanbietern, Profoto, Elinchrom. Alle möglichen Hersteller haben das. Und du kannst das manchmal vergessen, wenn du nach dem Buddy guckst. Und du guckst nach einer Kamera und du guckst dir an, was kann die Kamera? Was sind die Spezifikationen? Und du vergisst vielleicht das System drumherum. Gibt es Blitzsysteme? Gibt es TTL? Gibt es entfesselt Blitzen? Gibt es eine Festbrennweite im Super-Weitwinkel? Gibt es einen Super-Weitwinkel? Canon hat hier das 11-24mm, das 14mm. Tokina, Valimax, Sigma haben andere Alternativen. Auch für die Canon EF-Bayonet. Das heißt für mich ist das System einfach grandios. Ich weiß, es gibt viele bessere Kameras als die 6D heute. Aber mit den Objektiven, die ich jetzt hier habe, ist das System einfach als Ganzes besser als eine Nikon Z, eine EOS R oder eine Sony A7. Mit dem, was ich hier habe. Und ich bin kein Freund von Adapterlösungen. Es wird alles zu lang, es wird alles zu frontlastig. Gerade die Festbrennweiten. Okay. Das System, finde ich, ist wirklich ein sehr großer Pluspunkt. Was noch? Ich finde es ganz schön, die Kamera hat 20 Megapixel und man kann damit fotografieren, aber man kann, wenn man will, auch die Bildqualität ändern. Man kann in RAW fotografieren, das sind 20 Megapixel, M RAW, das sind 11 Megapixel und S RAW, das sind 5 Megapixel. Und gleichzeitig kann ich auch verschiedene JPEG-Einstellungen wählen. Ich kann zusätzlich zu den RAW-Einstellungen auch JPEG 20 Megapixel, JPEG 8,9 Megapixel, JPEG 5 Megapixel, JPEG 2,5 Megapixel, JPEG 0,3 Megapixel, ganz kleine Auflösung. Das heißt, wenn ich Leute auf der Straße fotografiere, brauche ich keine 20 Megapixel. Ich lade die Bilder abends hoch, die dürfen nicht so groß sein, das dauert mir das zu lange, das hochladen. Das heißt, ich kann locker in JPEG fotografieren auf M, das heißt 9 Megapixel oder im RAW-Modus auf M, das sind 11 Megapixel oder sogar in S, das sind 5 Megapixel. Das heißt, nicht jeder Job braucht diese große Megapixelzahl. Wenn ich einfach rumlaufe und Bilder mache von irgendwas draußen, brauche ich nicht immer die große Datenmenge. Manchmal will ich einfach kleine Dateien, damit ich mehr Bilder auf die Karte kriege, damit ich nicht so lange am Bearbeiten brauche, bis die Bilder kopiert sind und importiert sind. Und die Canon 6D, so wie viele andere Canon Kameras, bietet mir die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann RAW fotografieren, volle Auflösung oder eine mittlere RAW-Einstellung oder eine kleine RAW-Einstellung. Und das gleiche kann ich zusätzlich in JPEG nochmal machen, in jede Richtung. Großes RAW, kleines JPEG, kleines RAW, großes JPEG, wie ich will. Das ist, finde ich, etwas sehr schön. Was mir ebenfalls gefällt, ist, ich sag mal, der Charakter der Kamera. Die Kamera ist leicht, für eine Spiegelreflexkamera. Die Kamera ist klein, immer noch eine der kleinsten DSLRs. Und sie ist sehr simpel. Die ganzen Menüs sind sehr simpel. Es ist alles im Grunde sehr einfach hinzukriegen. Die Menüs sind sehr übersichtlich. Du hast ja nicht so viele Punkte, wo du dich verlieren kannst. Es ist alles easy. Du hast alles direkt zur Hand und es ist sehr konstant, auch bei anderen Canon Kameras. Wenn du von irgendeiner anderen Canon Kamera kommst und hier drauf wechselst, findest du dich in der Regel sofort zurecht. Es ist eine sehr einfache Kamera. Leute, die was Simples wollen, die fotografieren wollen, die nicht zu viel in den Menüs rumlaufen wollen, für die, finde ich, ist das eine tolle Sache. Und ich denke, das waren jetzt somit die größten Sachen zur Kamera selber. Bildbearbeitung, finde ich, ist noch ein großer Teil. Bildqualität. Ich bin jemand, für mich ist die Schärfe nicht so wichtig. Für mich ist Auflösung nicht so wichtig. Ich zoome nicht in Bilder rein auf 100 Prozent und gucke mir dann genau an, ob alles da jetzt super duper aussieht. Für mich hat ein Bild einen Wert, wenn es einen emotionalen Wert für mich hat, wenn es von den Farben schön ist, wenn es von dem Motiv schön ist, wenn die Menschen zufrieden sind, lachen. Und die Kamera kriegt das für mich sehr gut hin, das einzufangen. Du wirst in den Bildern sehen, die ich hier zeige, das sind viele Momentaufnahmen und die Kamera hat viereinhalb Bilder pro Sekunde, glaube ich. Ich weiß die Zahl. Ich denke viereinhalb Bilder. Und ich komme auf 8000 Bilder am Tag auf Hochzeiten. Letztes Jahr 2018 war ich auf einer Hochzeit freitags von Julia und Markus. Ich hatte 10.770 Bilder gemacht mit den beiden Kameras an einem Tag. Und am nächsten Tag, Samstag, war wieder eine große Hochzeit. Auch nochmal fast 7000 Bilder. Das heißt, ich hatte 17.000 Bilder, als ich Sonntag den Computer angemacht habe. Und da bin ich dankbar, dass die Kamera nicht mehr Bilder pro Sekunde kann. Sonst hätte ich noch viel mehr Bilder. Und ich komme auf über 10.000 Bilder. Nicht immer, aber letztes Jahr einmal passiert. Manchmal 9000, manchmal 7000. Im Schnitt ungefähr 8000. Das heißt, wenn jemand sagt, die Kamera ist zu langsam, viereinhalb Bilder pro Sekunde, dann sind das oft Leute, die nicht aus der Praxis kommen. Dann sind das Leute, die als Beruf Kameras reviewen, aber nicht Leute, die aus den Jobs heraus ihre Erfahrungen mitgeben. Du wirst in den Bildern sehen, die ich zeige, ob ich die Momente einfangen konnte oder nicht. Ob diese viereinhalb Bilder pro Sekunde reichen, kleine Nuancen festzuhalten. Wenn Leute lachen, sich bewegen, ob die Kamera das hinkriegt. Und letzter Punkt, vielleicht Bildbearbeitung. Alle Bilder, die du hier siehst, sind halt mit den Kameras gemacht. Ich bearbeite die Bilder innerhalb weniger Sekunden, ruckzuck, rucki zucki. Ich bearbeite so schnell, wie ich die Bilder mache. Und ich fotografiere die Bilder sehr schnell, ohne viel Vorbereitung, immer aus dem Moment heraus. Und genauso bearbeite ich die auch. Und was du siehst, ist das Ergebnis, was du hinkriegst mit einer 6D. Der Gebrauchpreis der Kameras, wie gesagt, ich habe heute nachgeguckt, Ebay, Kleinanzeigen, ab 400 Euro. Und es ist ein unglaublicher Wert, den du da mit dir selber geben kannst, wenn du so etwas nimmst und einfach mal ein paar hunderttausend Bilder damit machst. Die Kameras, wenn du dir die genauer anguckst, die sind schon alle mitgenommen. Also hier fehlt diese Abdeckung, hier geht das Plastik ab, hier geht auch irgendwo noch das Plastik ab. Hier oben ist ein Riss im Display, hier ist schon der Blitzschuh ein bisschen verrostet. Das liegt daran, dass ich die Sachen nicht pflege. Ich gehe in den Regen damit, wie wenn ich nass werde, muss die Kamera auch nass werden und ich mache die danach nicht sauber. Und ich bin unheimlich erstaunt, dass sie das immer noch mitmacht. Ich hoffe, dass sie jetzt endlich mal kaputt geht, damit ich mir eine neue kaufen kann. Okay, ich denke, jetzt wird es Zeit, mit dem Reden aufzuhören und einfach mal Bilder sprechen zu lassen. Ich packe jetzt einfach mal Bilder rein und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Feedback geben und Inspiration. Es gibt einen Fotografen, der ebenfalls aus Bremen kommt, Vincent Peters, einer der sehr, sehr erfolgreichen Porträtfotografen. Auf die Frage, welche Kamera er denn nutzt, sagt er, er hat Fotografie gelernt mit 17 und die Kamera, die er da bekommen hat, eine Mamiya RZ67. Mit 17 ist immer noch die Kamera, die er immer noch heute nutzt, mit über 40 Jahren, seit über 25 Jahren, eine Kamera, ein Objektiv. Mamiya RZ67 mit dem 110mm Objektiv. Mal googeln, Vincent Peters, wer mal richtig schöne Bilder sehen will von Hollywoodstars. Die Frage also, welche Kamera ist die beste? Es muss nicht die neueste sein. Es kann die neueste sein, es muss auch nicht die teuerste sein. Das hier ist die teuerste Kamera der Welt 2006, 32.000 Dollar war der Preis mit dem Objektiv. Ist kein großer Unterschied. Du findest auf meinem Kanal ein Video, wo ich im Grunde die gleichen Bilder mache, Canon 6D und Hasselblatt H3D. Du siehst im Grunde die gleichen Bilder aus beiden Kameras, einmal sehr teuer, einmal ganz normal. Und für mich ist die 6D die wichtigste Kamera bisher, für mich, mit Abstand. Keine Kamera, die ich habe, nicht mal die 6D Mark II, hat auch nur ansatzweise den Wert für mich, wie das. Alles, was ich habe, den Lifestyle, Klamotten, Kameras, Reisen, was auch immer für technisches Gedöns hier. All das ist aus dieser Kamera entstanden. Ich bin sehr dankbar dafür und das ist das Video, wo ich sage, danke dir. Jetzt kannst du auch mal den Geist aufgeben. Und das war's. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar dafür. Untertitelung des ZDF, 2020